Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Taxifahrer In der letzten Folge waren wir dort oben Ich bin jetzt mal ein bisschen runter gefahren Dass ich vielleicht tatsächlich neue Leute kommen und dann nicht irgendwie da oben und dann ganz komisch Jetzt würde ich was sagen Legen wir los Jemand hier gut für den Pfeifen? Ich habe ihn So, wohin müssen wir denn? Warte, wie weit ist der bitteschön? Ach dort Okay Dann holen wir das natürlich erstmal ab Wie führt der mich hier bitteschön? Nein Gerade wieder mal voll gerammt Let's tut Mh Ja Mh Wann 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 Ah, der da. Okay, erstens, wo will der hin? Richtung Strand. Alles gut. Machen wir mal. Ich muss nur gucken, dass ich keinen Fahndungsstand bekomme, sonst ist das alles am Marsch. Das haben wir auch wieder gemacht. Okay, dann würde ich sagen, das war es wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben soll, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Lasst doch auch einen Kommentar da und teilt dieses Video euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.